Die meisten Pflegefachkräfte in der Altenpflege werden eingestellt, weil sie ein Examen haben. Es interessiert die Heimbetreiber gar nicht, es interessiert die Einrichtungsleiter gar nicht und die Träger gar nicht, ob das wirklich gute Menschen sind, die ins Unternehmen passen, die in die Unternehmenskultur passen, die die gleichen Werte vertreten, die überhaupt richtig arbeiten können, sondern Hauptaugenmerk wird darauf gelegt, habe ich da einen Wisch, den ich einreichen kann bei der Heimaufsicht oder bei der FQA oder den ich einreichen kann, beim MDK habe ich endlich wieder jemand, der mir die Schichtleitung übernehmen kann, habe ich meine Fachkraftquote erfüllt. Das sind die Hauptkriterien, wie in der Altenpflege oder nach denen in der Altenpflege Pflegefachkräfte eingestellt werden. Und ich glaube nicht, dass das sinnvoll oder zielführend ist, ganz im Gegenteil, ich halte das für super, super gefährlich für das komplette Unternehmen und deshalb möchte ich dir in diesem Video jetzt mal sagen, nach welchen Kriterien wir bei WeCare Menschen einstellen. Ich kann dir nicht alle Kriterien in diesem Video sagen, dafür wer das zu umfangreich macht, deswegen zwei Teile. In diesem ersten Video erfährst du fünf von neun Kriterien. Viel Spaß damit. Mein Name ist Florian Müller, ich bin CEO und Unternehmer und Inhaber des Pflegeunternehmens WeCare hier in Rosenheim und in Brannenburg. Wir haben es uns bei WeCare zur Aufgabe gemacht, Familien dabei zu unterstützen, die außergewöhnliche Herausforderung Pflegebedürftigkeit zu schultern und, naja, damit klar zu kommen, vielleicht sogar es als Chance zu nutzen, als Familie noch besser zusammenzuwachsen. Und was braucht man als Unternehmen, was brauchen wir bei WeCare? Da unbedingt richtig, richtig, richtig gute Mitarbeiter. Und ich will nicht, dass du das falsch verstehst. In der Vergangenheit haben wir natürlich auch nur nach Examen eingestellt. Wir waren schon froh, wenn wir ausreichend Mitarbeiter hatten. Wir waren gar nicht in der Situation, dass wir wählerisch sein konnten, sondern wir haben eine Bewerbung bekommen, es war eine Fachkraft. Wir haben uns ganz kurz über die Modalitäten ausgetauscht und wenn wir uns da einig geworden sind, haben wir die Fachkraft eingestellt. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass wir einmal eine Fachkraft eingestellt haben, die überhaupt gar keine Fachkraft war, die ihr Examen gefälscht hatte, sich mit diesem gefälschten Examen beworben hatte und wir haben die eingestellt und haben das gefälschte Examen weitergemeldet und so weiter. Es ist glücklicherweise nichts passiert. Es wurde kein Bewohner irgendwie verletzt oder falsch versorgt. Wir haben auch zu diesem Zeitpunkt schon ein gutes Team gehabt, sodass das alles, naja, glimpflich abgelaufen ist, sage ich mal. Und das Team hat auch gemerkt, dass mit dieser Mitarbeiterin irgendwas nicht stimmt, sodass wir uns schlussendlich von ihr wieder trennen mussten. Irgendwann sind wir zu dem Schluss gekommen, Mensch, das kann nicht sein, dass wir immer nur nach Examen einstellen, weil natürlich leidet die Qualität darunter, die Ergebnisqualität, die wir erbringen, die ja ganz klar überprüft wird. Es leidet die Lebensqualität der Heimbewohner und somit die Lebensqualität deren Angehörigen, deren Familien darunter und es leidet auch die Lebensqualität der Mitarbeiter darunter, wenn sie nur mittelmäßige Kollegen im Team haben. So, wir haben dann für uns ein paar Kriterien erarbeitet, sage ich mal, nach denen wir einstellen. Das sind jetzt Kriterien, die kann man grundsätzlich auf jede einzelne Stelle, auf jede einzelne Position anwenden. Man muss allerdings natürlich, naja, anpassen, sage ich mal. Da komme ich gleich dazu. Das erste Kriterium, das für uns super, super wichtig ist, das ist, der Bewerber oder der neue Mitarbeiter muss den notwendigen Drive haben. Was meine ich damit? Der Mitarbeiter muss gewinnen wollen. Das bedeutet, er muss alles, was er hat, dafür einsetzen, seine Arbeit so gut wie möglich zu machen, um die ihm gestellten Aufgaben so gut wie möglich zu erledigen. Könnte Drive vielleicht auch mit Arbeitsmoral übersetzen. Und es geht vielleicht sogar noch ein Stück weiter. Nämlich der Mitarbeiter muss wirklich schauen, dass er selbst weiterkommt, dass er seine Arbeitsqualität ständig verbessert, dass er, naja, sich wirklich beschäftigt mit seiner Arbeit, mit Herausforderungen, vor denen er steht in der Arbeit, dass er wirklich selbstständig versucht und alles gibt, um diese Herausforderungen zu meistern. Ich habe das mal so übersetzt. Den Drive zu haben bedeutet, gewinnen zu wollen einfach. Gewinnen zu wollen, seine Aufgabe so gut wie möglich erledigen zu wollen. Dann ist ganz wichtig, vor allem bei uns in der Altenpflege, muss ich sagen, ist die Fähigkeit der Resilienz. Was bedeutet Resilienz? Resilienz bedeutet, in herausfordernden Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren. Sich nicht von Krisensituationen, von Stresssituationen übermannen lassen, den Kopf verlieren, austicken, gestresst, laut schreiend rumlaufen. Sondern Resilienz bedeutet wirklich, in diesen Situationen rückzubleiben, sich auf seine Fähigkeiten zu besinnen, den ein bisschen zurückzutreten, die Situation zu betrachten und einfach Herr der Lage und Herr seiner eigenen Emotionen zu sein. Was für mich auch ganz wichtig ist, für uns bei Wiki ganz wichtig ist, das ist Anpassungsfähigkeit. Leider Gottes, oder was heißt leider Gottes? Das macht für mich ein Stück weit auch die Attraktivität dieses Berufes aus. Kein Tag ist wie der andere. Also wir haben bei uns ja 54 Bewohner im Pflegeheim in der Spitze und bei 54 Bewohnern und dann schwirren jeden Tag noch 12, 13, 14 Mitarbeiter rum. Da ist natürlich die Dynamik jeden Tag eine ganz andere. Es ist kein Tag nach Schema F. Es gibt überhaupt kein Schema F. Es gibt zugrunde liegende Prozesse, aber grundsätzlich ist jeder Tag anders. Jeden Tag bietet neue Herausforderungen. Und an jeden Tag muss man anders reagieren. Ein Bewohner, der heute gut drauf war, der kann morgen einen schlechten Tag haben und ich muss morgen komplett anders mit ihm umgehen, als ich es heute muss. Und das meinen wir mit Anpassungsfähigkeit. Also die Fähigkeit zu besitzen, sich schnell auf sich ändernde, ständig ändernde Situationen einzustellen. Das sind schon drei Fähigkeiten, die wirklich einen sehr guten Mitarbeiter ausmachen. Und die Mitarbeiter, die diese drei Fähigkeiten haben, die wissen auch, dass sie diese drei Fähigkeiten haben. Und ganz wichtig ist deshalb, dass der Mitarbeiter nicht abhebt, sage ich mal, die nächste Fähigkeit, die vierte und das ist für mich Demut. Und das ist für mich tatsächlich ein ganz, ganz, ganz zentraler Wert, möchte ich fast sagen, demütig zu sein. Was bedeutet Demut? Es gibt ja unglaublich viele, viele Ausprägungen in den Definitionen, die man von Demut haben kann. Viele Menschen übersetzen das mit Unterwürfigkeit und das meine ich überhaupt nicht. Demütig zu sein bedeutet in keinster Weise irgendwie obrigkeitshörig zu sein. Ganz im Gegenteil. Demut bedeutet für mich einfach nur, den eigenen Stellenwert zu kennen und dankbar zu sein, das tun zu dürfen, was man tut. Demut bedeutet zu erkennen, dass ich alleine, und ja, das gilt natürlich auch für mich, dass ich alleine zu nichts fähig bin, was dieses Unternehmen angeht oder was die Altenpflege angeht. Ich brauche immer mein Team. Ich kann meine Wahnstärken wirklich nur dann zur Geltung bringen, wenn mein Team hinter mir steht. Und dass mein Team hinter mir steht, muss ich hinter meinem Team stehen und jedem einzelnen Teammitglied. Ich habe mal in der Stellenanzeige den Satz veröffentlicht oder die Anforderung veröffentlicht, der Teamerfolg geht dir über deinen persönlichen Erfolg. Genau das meine ich mit Demut. Ohne mein Team bin ich nichts und ich gebe alles für mein Team. In dem Wissen und in der Gewissheit, dass wenn mein Team Erfolg hat, ich auch selbst persönlichen Erfolg haben werde. Die fünfte Eigenschaft, die für uns beim Recar super, super wichtig ist und ich habe mir tatsächlich auch diese Eigenschaft als Kriterium, wie soll ich sagen, es hat sich herauskristallisiert, dass ich diese Eigenschaft oder diese Fähigkeit auch für meine persönlichen Bekanntschaften als Maßstab heranziehe und das ist die Eigenschaft der Integrität. Also ich möchte, ich persönlich und auch wir bei Recare möchten nur noch mit integeren Menschen zu tun haben. Was bedeutet das? Es bedeutet für mich zu allem Anfang eine offene und ehrliche Kommunikation. Ich sage seit jeher, es ist nicht schlimm, wenn ein Fehler passiert. Ganz im Gegenteil, wenn Fehler passieren, bedeutet es immer Fortschritt, es bedeutet neue Dinge auszuprobieren. Womit ich allerdings ein Problem habe, ist, wenn Fehler passieren und es wird versucht, diese Fehler zu vertuschen oder gar anderen Menschen in die Schuhe zu schieben. Integrität bedeutet für mich auch, nicht vordergründig mit einem Kollegen, mit einem Teammitglied kooperativ zu reden und die Ideen, die da kommen, dann durch die Hintertür in Misskredit zu bringen und schlecht über den Kollegen zu reden. Integrität bedeutet vor allen Dingen, um es auf den Punkt zu bringen, wenn ich etwas sage, dann meine ich das, was ich sage und wenn ich sage, dass ich etwas tue, dann tue ich auch das. Das sind die ersten 5 Kriterien. Im nächsten Video gehe ich auf die nächsten 4 Kriterien ein. Ich möchte es hier nochmal kurz zusammenfassen. Zum einen, der Mitarbeiter muss den Drive haben, er muss gewinnen wollen, er muss bereit sein, alles dafür zu geben, die richtigen Ergebnisse zu haben, die richtigen Arbeitserfolge zu haben. Der Mitarbeiter muss Resilienz haben oder der Bewerber muss Resilienz haben, muss resilient sein, er muss in herausfordernden Stresssituationen, wie wir sie in der Altenpflege kennen, einen kühlen Kopf bewahren und gerichtete Entscheidungen treffen können. Der Bewerber braucht die notwendige Anpassungsfähigkeit. Er muss in der Lage sein, sich schnell auf neue Situationen einzustellen und entsprechend zu handeln. Der Mitarbeiter muss demütig sein, er muss einfach wissen und durch seine Reden und durch sein Handeln ausstrahlen, ich weiß, dass ich ohne mein Team nichts bin und der Mitarbeiter muss unbedingt Integrität besitzen. Er muss sagen, er muss meinen, was er sagt und er muss tun, was er sagt. Selbst wenn du jetzt die vier Punkte, die im nächsten Video noch kommen werden, noch nicht kennst und du nur diese fünf Punkte ansetzt, dann bin ich mir sicher, dass du schon sehr viel besser bei deiner Entscheidung für den richtigen Mitarbeiter sein wirst. Ich habe nämlich festgestellt, die mit den besten, in Anführungsstrichen, Lebensläufen sind nicht immer die, die diese Kriterien bestmöglich erfüllen, sage ich mal. Und wir haben ganz klar die Entscheidung getroffen bei WeCAD, dass wir dann den Lebenslauf außer Acht lassen, wenn Anforderungen wie zum Beispiel ein Examen gegeben sind und dass wir uns nur noch auf diese insgesamt neun Kriterien verlassen werden. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner nächsten Bewertung, der nächsten Bewerbung und ich freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen, wenn ich dir die nächsten vier Punkte, die letzten vier Punkte nennen werde, wie du in die Lage versetzt wirst, einfach die besseren Mitarbeiter einzustellen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir doch bitte einen Daumen nach oben, abonniere am besten den Kanal und drücke das Glöckchen, dass du auch mitbekommst, wann die nächsten vier Punkte veröffentlicht werden. Ansonsten würde es mich freuen, wenn du mir in den Kommentaren kurz wissen lässt, ob du außer rechtlichen Anforderungen wie Examen zum Beispiel noch andere Kriterien ansetzt, wie du deine Mitarbeiter einstellst. Ich danke dir, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, dein Florian.